Wo muss ich dafür hin? Hingo dahin. Ok, in die Festung. So, weg mit euch. Kommen wir in ingern Schützen ran? Ich seh grad keinen. Dahinten wären Schütze. Da kommt man aber nie im Leben dran. Das wäre egal gewesen. Ok, dass keiner drin ist, dass wir ein bisschen Ruhe. Kargos, Kargos. Mal gucken, ob er den... den Häuptling rausgelockt bekommen. Da ist er. Nice. Da ist ein Schütz und Helden sind zwei Schütz und sehe ich. Den Udo habe ich eh gehasst. Hahaha. Hi. Ja. Nächsten Gebrandmarkt. So, jetzt können wir eventuell gucken, dass wir... ... 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 Du bist ein ganz dummer. Das wird echt einfach. Hast du sicher? Du bist ein ganz dummer. Du bist ein ganz dummer. Genehm. 3 2 3 2 3 5 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 6 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 Ja, den nehmen wir. Hinrichtung gelöst. Wir nehmen jetzt viel ein. Ist besser als töten. 5 5 6 6 7 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 6 9 10 10 10 5 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 Da müssen wir hin. Dann wäre der Türm der schnellste. Ich muss natürlich jetzt alle Hauptmänner holen. Schütze zum schnellen Lauf. Da hätten sich auch keinen da. Auch nicht. Das können sie ja. Aber ich kann da auch nichts dafür. Ich muss auch gucken, wie ich euch irgendwie zu retten bekomme. Aber jetzt muss ich erstmal meine Armee aufbauen. Ja. Dann nehmen wir das Ziel doch ein. Machtkampf. Mein Armee gegen die Armee. Perfekt. Ich reiche dir die Augen aus und du holst Blut. Die Jungs haben Wetten auf deinen Tod abgeschlossen. Die Jungs haben wir das Ziel doch einen Weg, diese Magen zu vereinen, indem wir dich töten. Nee. Uh, da war der Bonus-Schaden, glaube ich. Macht gesteigert. Nice. Echt geil gelaufen. So, jetzt haben wir unten neu. Da gehen wir hin. Da ist auch ein Duell. Ja, wir müssen jetzt einfach nur noch beschreiten. Beschreiten, dass wir zur Hand kommen. Ich muss mal was gucken, wie spät wir es haben. Spät haben wir es denn. Ich kann es da nicht sehen, aber ich kann es sehen. Viertel nach. Okay. Jetzt, glaube ich, knapp fünf, sechs Stunden auf. Und ich feiere das Spiel immer mehr und mehr. Wenn das so weiter verläuft, perfekt. Hi. Können wir das machen? Und ich habe genug davon. Perfekt. Quatsch. Lauer ist der mit hier. Das Duell, da ist der Gebrandmarkt, der von uns, finde ich total geil, das Zeichen 14 14 gegen 6 Giftolche, Alter, das sind sowieso die Giftspeeren sowieso hart Nicht mehr legen Ich glaube nicht Down, nice Hätte ich gern gebrannt, na wohl, Stufe 6 ist zu wenig Duell gelöst Natürlich, warte ich aber, macht gestiegen, 15, perfekt Zurück Ach, vielleicht brauchte ich mal eben kurz Komm her Befehligen Wir können den ermorden, dann können wir den verraten Wen hat er noch unter sich Wir können ihn nennen Beschützer oder Herrscher Machen wir Ja Der andere klammert da oben, jetzt holen wir uns den Machtkampf noch Dass wir die so ein bisschen steigern, die Jungs, kaum mich darüber geschossen Da ist nichts Drei Stück Noch in der Nähe Ja, das passt Da kommen wir eigentlich ganz super mit klar Jetzt sind wir das hier noch Machtkampf, nächster Das ist auch ganz einfach Auf jeden Fall nehmen wir den ein Habt ihr gar nicht gesehen, was er hat Den haben können es klar Privat machen können Ja, das können wir immer noch Das war jetzt nicht geil Dass der Namen Künstler gewinnt Dann nehmen wir halt den Namen Künstler ein Hi Das macht nichts Siehst wohl gern Uruk gegen Uruk, oder? Dann komm her und mach mit Dann komm her und mach mit Dann haben wir halt einen Machtkampf verloren, aber egal Macht nichts Ruhnen, Ruhnen, Ruhnen Stirb, ne, das nicht Auch nicht Verteidigung dagegen 13% Ist es irgendwo anders? Boden in Richtung Nö Verräter 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 8 Weiß ich nicht 100% mehr Schaden ist natürlich was Feines Wenn ich niedrige Rüstung habe Sonst gerade bei den Kloppern war es schon echt hart Da müssen wir nicht hin Da wäre Hilfe bei dem Versuch Warte, dein Befehl 2100 Meter Dann nehmen wir mal den Schnellflug nach oben Perfekt Perfekt Da müsste ich ja den Schützen sehen Wenn ich ja den Schützen 1 Wisch 1 Mit 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2